Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die mechanische Leistung von Windrädern und zwar darum, wie groß die Leistung ist, die vom Wind bereitgestellt wird und wie viel Leistung von dem Windrad dabei in mechanische Leistung umgesetzt werden kann. Dabei kommt auch der sogenannte Betesche Beiwert ins Spiel. Zunächst geht es um die zugeführte Windleistung, die vom Wind bereitgestellt wird. Dabei geht man davon aus, dass der Wind senkrecht auf die Rotorfläche wirkt. Die Formel, die nun dazu dient, um diese Leistung auszurechnen, lautet P Wind ist gleich 1,5 mal Rho mal A mal der Windgeschwindigkeit hoch 3. Rho ist dabei die Luftdichte, A ist die Fläche, die sich einfach aus der Rotorlänge zum Quadrat mal Pi ergibt, also schlicht und einfach durch die Berechnung einer Kreisfläche. Und V ist die Geschwindigkeit, mit der der Wind auf diese Fläche einwirkt. Ich werde dazu jetzt einfach die Leistung, die der Wind liefert, einmal für ein Beispiel durchrechnen. Dabei gehe ich von einer Luftdichte von 1,29 Kilogramm pro Kubikmeter aus, von einer mäßigen Brise, was einer Windgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde ergibt. Die muss sich hier umrechnen in Meter pro Sekunde. Daraus ergeben sich 5,5 Periode Meter pro Sekunde. Und ich nehme hier eine Rotorlänge von 40 Metern an, woraus sich eine wirksame Fläche von 5026 Quadratmeter ergibt. Nun muss ich einfach nur diese Werte in die oben genannte Formel einsetzen. Hier die Luftdichte, die wirksame Fläche und die Windgeschwindigkeit hoch 3. Daraus ergibt sich hier die Einheit Watt, mechanisch angegeben in Kilogramm mal Quadratmeter pro Sekunde hoch 3, die ich hier umgerechnet habe in 555,859 kW. Die Windleistung beträgt also 555,859 kW. Schauen wir uns nun an, welcher Teil davon vom Windrad in mechanische Energie umgewandelt werden kann. Es ist ja nun sehr leicht einzusehen, dass nicht die ganze Leistung, die vom Wind angeliefert wird, in mechanische Energie umgewandelt werden kann. Und um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, wird nun ein einfacher Faktor eingeführt, der sogenannte Leistungsbeiwert cp. Auch Beeths Zahl genannt oder im englischen Sprachraum Powerkoeffizient. Bereits 1919 hat Alberts Beeth formuliert, dass der maximale Wert, der von einer Windkraftanlage umgesetzt werden kann, 59,3 % beträgt. Dieser theoretische Maximalwert ergibt sich dann, wenn die Geschwindigkeit hinter dem Windrad ein Drittel der Geschwindigkeit der Luftmassen vor dem Windrad beträgt. Diese Beeth Zahl, der Leistungsbeiwert, ist also entscheidend davon abhängig, inwiefern sich die Windgeschwindigkeit vor dem Windrad von der Geschwindigkeit hinter dem Windrad unterscheidet. Ist die Windgeschwindigkeit hinter dem Windrad genauso hoch wie vor dem Windrad, so ergibt sich hier der Faktor 1 und damit der Leistungsbeiwert 0, denn dann hat das Windrad überhaupt keine Leistung aus dem Wind entnommen. Durch die Leistungsentnahme, also durch das Antreiben der Rotoren, wird der Wind natürlich abgebremst, was man genau an dieser Stelle sehr deutlich wiedersehen kann. In der Praxis ergeben sich hier Werte von 0,4 bis 0,5, die man je nach Windradtyp erreicht. Damit lässt sich nun der oben errechnete Wert äußerst einfach korrigieren. Wenn ich hier nun annehme, dass der Leistungsbeiwert 0,4 beträgt, ergibt sich für das oben genannte Beispiel nur noch eine Leistung von 222,342 kW, sprich 40 Prozent dessen, was der Wind bereitstellt. Im Folgenden werde ich noch zeigen, warum es so extrem wichtig ist, dass das Windrad einer hohen Windgeschwindigkeit ausgesetzt wird. Das ergibt sich im Grunde genommen schon aus dieser Formel, denn die Geschwindigkeit des Windes geht hier zur Potenz 3 ein. Und genau das werde ich jetzt an einem sehr einfachen Beispiel einmal demonstrieren. Ich setze hier einmal voraus, dass sich die Windgeschwindigkeit um 10 Prozent erhöht. Das führt dazu, dass die alte Geschwindigkeit mit dem Faktor 1,1 multipliziert werden muss. Das Ganze fließt ja nun zur Potenz 3 in die Berechnung ein. Löse ich nun die Klammer auf, so wird die alte Windgeschwindigkeit weiterhin mit 3 potenziert, aber auch der Faktor 1,1 wird mit 3 potenziert. 1,1 hoch 3 ergibt 1,331. Das bedeutet nichts anderes, als dass eine 10-prozentige Erhöhung der Windgeschwindigkeit zu einer Leistungssteigerung von 33,1 Prozent führt. Das gilt sowohl für die Leistung, die der Wind bereitstellt, als auch für die Leistung, die vom Windrad mechanisch umgesetzt wird. Was ja auch schon intuitiv sehr leicht einzusehen ist, nämlich dass die Windgeschwindigkeit eine sehr große Rolle spielt, wird hier an diesem Zahlenbeispiel sehr deutlich und damit wird natürlich auch klar, warum die Windräder eben sehr hoch gebaut werden müssen, da weiter oben die Windgeschwindigkeit sehr groß ist und vor allem auch sehr gleichmäßig ist. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.